Moin 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 Bitte Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Fortnite Kapitel für Chapter 1 glaube ich denke mal Ich wundere Freunde, ich schreibe mit einem Kollegen dabei Oh, wartet Oh, kann man es einstellen? Äh, die Einstellung hat sich auch alles geändert Schade Achso, Ton ist legen wir mit dem Kopf Oh, jetzt können wir Man kann Lambos fahren Man kann Fliegel fahren Meine Karren Das war lustig, Freunde Nein, bis Null Es gibt neue Waffen Ähm Dainty Monkey Das ist doch Ja Äh Ob wir erkunden Ich bin Ich bin Ich bin Dain 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 Eik. Ja, ja. Ich muss jetzt nämlich auf einen neuen Monitor aufpassen. Mein vordere, wo ich mal gerade ausbauen muss, jetzt nach links gucken, was ein bisschen nervig ist. Es gibt auch wieder Gold, alles. Außen gibt es einen Krieg, aber ich mache gerne mit. Ich werde euch die ganze Reise begleiten. Die wird bis Februar oder bis März gehen. Freunde, wenn es euch gefällt, gerne ein Abo, einen Like da und bei der Wögel nicht überpassen. Ich muss ja aufpassen, wegen dem Monitor, weil der, sag ich jetzt mal, leicht eventlich ist. Wenn man auch schlagen kriegt, jetzt bräuchte man 40. Ich... Hm. Aufpassen. Um. Und, um. Ich will dir sagen, was hier ist. Und, um, zu. Und, um, zu. Okay, okay. Also, treffen muss er! Endlich ist die Schlampe tot! Oh ja! Down! naja freunders wird lange sießen werden die zeit wird vergehen freundlich erkläre ich was passieren wird also das update ist es ist auch neu ist alles nur freundlich die einstellung wurde geändert also wenn man heil kann man während der zeit laufen aber nur nicht wechseln da bricht es nur ab halt und das brauchen wir dann ich finde die neue season cool und down auch freunde ein ja gut hier bin ja heilt mit ihr laufen aber nur nicht wechseln da bricht halt ab so die auch schlacht man ist bisschen langsamer geworden das passiert man ist langsamer wurden jetzt es gibt zu große update das war der 31 die einreisen ihr weitergeht junge die keine doppelte schrub haben mehr man müsste hier jemand wie ich jetzt mal spiel haben und sind noch hauptsache es gibt und machen uns zu gerüsten dann könnte das auto natürlich waren ja das ist aber auch ja Man hört nach dem Countdown. Die Stadt wäre hier umgekehrt. Hier guck, es gibt Automaten wie ein Bankautomat. Warum? Ihr wisst, wer ich bin. Nicht ohne Grund der King-Bluse. Ich pusher. Mensch. Aber Sliden ist man schon andere Worte. Cutten? Ja. Wollte sagen Cutter, blendet man die Tür ein. Mensch. Hm. Ich sag nicht, mit wem ich schreibe. Geht auch keinem was an. Und tot. Ich hab diesen Namen nur das an. Wollte mich wohl erschrecken. Wie lustig. Ups. Mensch. Was ist das? Ich weiß, ob ich mir nur bauen. Äh. Öl. Hihi. Ja, ich hab uns Kürz. Oh, das tut mir wohl an. Moment. Ich hab noch nie einfach. Ach. Niemals. Ihm. Wollte mich zu tun. Wollte mich zu tun. wir treffen uns erst mal kurz zur lobby gleich geschenkt bekommen auftrag abgeschlossen habe so ist die vorgabe ich muss gut ist hier das hat sich auch alles endortiert nix geändert aber diesmal gibt es 14 seiten er weiß was dann hier war es das mal bis dann und